Hallo Leute, ich bin André und heute zeige ich euch das Unboxing zu Yo-Kai Watch Geistige Geister Yo-Kai Watch Geistige Geister Der Nachfolger von Yo-Kai Watch 2 Knochige Gespenster und kräftige Seelen Und das ist der Vorgänger von Yo-Kai Watch 1 Was auch super war Kommt heute am 29.09.2017 Geistige Geister 29.09 Uhr So, hier vorne Ich weiß Gameadjust ist im Hintergrund, abonniert ihn So, hier ist Darknian Werte ich auch, wenn es hier ist, ein Tutorial zu machen, wie man den kriegt Hier seht ihr alle Wicked Yo-Kai Oder wie sie auf Deutsch heißen, die Fisa-Yo-Kai Die man, mit dem man sich befreunden kann Hier seht ihr zum Beispiel die, ein paar Fisa-Yo-Kai Wie Unkeen oder Unpleasant ist da glaube ich nicht dabei Egal So, und die ultimative Version von Yo-Kai Watch 2 Geistige Geister So, hier seht ihr noch Inhalt und Lichtblende nicht Licht, ich sagte Blende nicht Hier seht ihr den 2DS, wo ich gleich das Spiel jetzt eben reinpacken werde Yo-Kai Watch Psychic Spectres Nimm mich raus Und, bis gleich So ist die Hülle Und jetzt tue ich eben das Spiel rein Uh Yo-Kai Watch Geistige Geister Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Yo-Kai Watch Geistige Geister Opening Viel Spaß Es lädt Level 5 Yo-Kai Watch Geistige Geister Du stehst bereit Ich zeig dir einen Freund, der sie sehen kann Er hängt sich aus und kommt an sie ran Hier hat er Und Yo-Kai Yo-Kai Watch Mit seinen guten Freunden hat er Riesenspaß Doch du trafst dich nicht zu furchten Er lässt sich nicht mit nirgends Seine Freunde sind gespätzt Und dafür hat er die Yo-Kai Watch Yo-Kai 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 Watch Yo-Kai Yo-Kai Watch Ich traf dich nicht zu furchten Er lässt sich nicht mit nirgends 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 Ja Leute Yo-Kai Watch Geistige Geister Ist draußen Und ich würde sagen Wir sehen uns am Sonntag Im jeweiligen Livestream Wo ich versuche die Story durchzuspielen Jetzt werde ich aber privat spielen Denn Ich bin so gehypt darauf Yo-Kai Watch Geistige Geister ist draußen Kommt schon Es ist super Und ja Leute Dann würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Video Bis zum nächsten Video Bis dann Und Ciao Ciao Ciao